Ja halleluja mein Lieben Freunde und damit darf ich euch höchstwahrscheinlich zur fast letzten Folge von Crash Bandicoot in Central Energy Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Wir grüßen, wir brauchen hier noch einen Edelstern in Road to Rune, ich weiß auch wie wir da hinkommen, wir müssen dafür von einem anderen Level aus rein, in Warp Room, fuck, nicht in Warp Room 2, in Warp Room 4 ist das, ich wollte hoch Und zwar gibt es da bei den geheimen Dings Platz, wo wir hin können und von da aus kommen wir dann in Road to Rune und da sind wir dann in den Edelstern ein Ich weiß es gerade gar nicht, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil ich mich nicht sicher bin Das war dann ja, glaube ich, dementsprechend der alle Kisten einsammeln, ne? Bei Road to Rune, ja, ja, das war, glaube ich, alle Kisten einsammeln Ja, das, oder? Das ist ja für keinen Grund, dass ich da irgendwas Falsches einsammeln Ah, das soll vielleicht immer in deinen Kisten gewesen sein Wartet mal schon mal, ganz am Ende vom Ähm Klar, wir gehen gleich los Ja, es sind alle Kisten Okay, es sind alle Kisten, gut Okay, Crash, mal lass ich es sich erwarten lassen Ähm, ja, wir müssen das bis zu einem bestimmten Punkt spielen Ich weiß auch Wow, hängt schon mal gut an Ich weiß, glaube auch, welcher ist mir die Kisten angeschaut Aber ja, das seh ich dann, das seh ich dann Oh, ne, ja, eh nix mehr Haben wir schon mit Bezent, sonst Ah ja, was ist denn so gut, dass wir können jetzt ja rennen Dann kommen wir hier dementsprechend schnell durch Das ist schon mal, das ist recht praktisch Aua Möchtest du anfangen, dich zu bewegen? Er ist glücklich, hey Wie schön, ich mag's, wenn er glücklich, oh Gott So, oh Gott Okay, der erste Checkpoint schon mal Wundervoll Ja, willkommen Da komm ich noch hin Ja, den würde ich gerne mitnehmen Ah, Kuakus sind immer gerne gesehen bei mir Absolutes Highlight Fuck Ich glaube, hier ist es sogar schon gleich Ich weiß nicht, wie weit es weg ist Ah Ich wollte gerade sagen, da muss ich auswälchen, weil Tod ich werde Tod ich werde Okay Geh weg, du Hure Geh weg, du scheiß dumme Pflanze Okay Warte mal Ja, YOLO Ciao Halt, geh du mal so, dass ich weiß, wo ich hin kann Okay Nur mal ein Checkpoint, vielleicht Das wäre Sehr, sehr Oh Gott Hi Ah ja, hier ist der Checkpoint Ich glaube, hier ist es irgendwo Ich sage das dann dauernd, aber Ich würde sagen, ich sage einfach Geist mehr, bis wir da sind, wo wir sein müssen Gut, okay Bienen können uns jetzt mega egal sein, weil wir können jetzt rennen und alles Das heißt Wir werden uns höchstwahrscheinlich hier nicht einholen Ich sollte vielleicht meinen Mund nicht zu voll nehmen Oh fuck Gut Hier unten reingehen Zerleben chillen Wieder raus Ich hab's gewusst, dass das passiert Ich hab's gewusst In dem, wo ich gesprungen bin Wusste ich, scheiße, das ist zu kurz What the fuck Warum krieg ich einen doppelten Akku? Was? Warum denn das? Das hat absolut keinen Sinn für mich Warum die mir jetzt einen doppelten Akku schenken? Aber Danke Ich habe es natürlich Ich habe es geprägt Du weißt Aber Warum? 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 Ah, da ist es Da ist es Da Da müssen wir hin Der Flora Flop Namen für die Trophäen sind Astrein Geil toll So Und da kommen wir jetzt in den geheimen Eingang zu Uh, nicht? Wundervoll Road to rune, meine ich Jetzt weiß ich nicht Hier gibt's ja Ähm Okay, klar Ich stelle ein Ende von Gibt's bei dem Todesfilm? Gab's bei dem Ähm Nee, 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 nee Wenn's einen Todesfilm gibt Wenn's einen Todesfilm gibt Und du den Edelstein mit allen Kisten sammeln musst Äh, dann gibt's beim Todesfilm keine Kisten Das war bei dem einen Level Auch so Ah, hier sind das viele Kisten Oh Und teilweise TNT-Kisten Das ist, glaube ich, die einzige, oder? Ja Da ist eine TNT-Kiste drin So Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun Ich bin ja auch gerade von einer Nachricht abgelenkt Die ich eigentlich ganz gerne lesen würde Weil es von einem Typen ist Von dem ich nicht auf Nachrichten bekomme Deshalb könnte es vielleicht irgendwas Wichtiges sein Aber Ist unprofessionell Und eventuell wirft's mich aus einer Aufnahme raus Weil ich dann über irgendwas Nachdenken muss Und deshalb Ähm Nope Der geht gleich Okay Okay Oh gosh Alles andere als einfach hier Okay Nein, eine Sekunde zu früh Oh, der Anfang hier ist böse Warum gucken die mich eigentlich so blöd an? Okay, wir machen das jetzt hier aber anders Weil Die müssen es zu lang dauern Ganz einfach Ähm Hier bin ich sicher, right? Uh Das sind wir Viel Staub, you know Jetzt Okay Jetzt sind wir hier im normalen Road to Ruin Hier müssen wir nachher auch ein bisschen zurücklaufen Aber Ich würde mir ganz gerne zuerst den nächsten Checkpoint Gehen hier einfach weiterlaufen Oder wir laufen zurück und suchen da nach dem Checkpoint Ah, da ist der reguläre Anfang Alles klar Alles Klaru Das heißt, da müssen wir nachher gar nicht zurücklaufen Das ist sehr, sehr schön zu wissen Sehr, sehr schön und angenehm zu wissen Ähm Okay Macht ihr Feu, Feu Okay, nein Ah, oh Nein Ich wollte jetzt sagen, wir holen zuerst den Checkpoint Aber wenn ich jetzt den Checkpoint hole, vergesse ich diese TNT-Kisten Nachher, wenn ich ein paar Mal sterbe Gut, okay, es kann uns hier alles egal sein Von dem her Alles gut in unserem Leben Okay Okay, wie gesagt Beim Todesweg gibt es hier keine Kisten Das war damals bei dem Ja, nee, nee Das war genau Guck, man sieht auch schon da hinten Weil das da hinten Können von hier aus sehen Weil das hier eine Eisenkiste ist Ähm Gibt es da keine Kisten zum Einsammeln Das heißt, es passt zu weit Gut Sehr, sehr beruhigend Sehr, sehr Oh, das ist so Bin einfach Achso Warte, da werden Nitrokisten draus Das sind letztes Mal Nitrokisten Doch, das sind letztes Mal definitiv Niedrokisten draus geworden Das ist jetzt noch anders Wenn wir da hinten das Special Ding Aktiviert haben Gibt es hier eine böse Kiste Oh, wenn ich mich an das letzte Bonuslevel von diesen Dings Äh, wenn ich mich an das letzte Bonuslevel erinnere Wo es diese Ähm Von Art diesem Level erinnern muss Ähm Da, wo man diese Äh Diese Kiste mit dem Bauchblatt schon kaputt machen musste Oh Das wird mir schlecht Wenn ich daran denken muss S-C-H-L-A Warum kannst du da sterben? Das ist dumm und scheiße Und A-A-K-K-K-Mama-Kata Äh Okay Dann macht den ganzen Spaß Weil Einmal reicht ja nicht Das muss man ja zwei machen Weil es so unglaublich spaßig und toll ist Einmal reicht da einfach nicht Einmal Einmal ist da einfach nicht genügend Weil es so ein Fantastic Fun Man kann sich zweimal miterleben, ne? Einmal ist da natürlich ein Ja, ein Witz ist es da einmal Aber so für meinen Geschmack Zweimal reicht auch Wisst ihr noch, als ich 100 Leben gefurmt habe Für dieses Level Für dieses Spiel Wir haben jetzt noch 24 Ich glaube Ich weiß es was ich bei Crash Wo ich glaube Bei Crash 3 muss ich nicht fahren Ich sehe ja dann Spannend Spielverlauf Ob ich das machen muss Oder nicht Aber hier Rasten hat Aber sie wissen Irgendwann hat schon nötig Ansonsten Hätte ich irgendwann gar kein Lust bei einem Spiel gehabt Und das wäre kontraproduktiv Für das Spiel selbst gewesen So das letzte Sind die sind Genau die letzten 15 Indie-Druckisten Von vorher Das passt Wir kommen her Das bringe ich drauf Das kann ich Das kann ich Überhaupt irgendwie Geschafft Wir kriegen ja auch den Wunder Wundertollen Erderstein ist noch Anlässt der Edelsteine Und dann nochmal Kollektion Und dann ist das Spiel vorbei Da gibt's Warped Und Warped Werden wir dann Zu 105% spielen Da holen wir uns Alle Kristalle Alle Edelsteine Und alle Goldrelikte Und Leute Das wird nochmal Das wird nochmal Eine Herausforderung Vor allem die Goldrelikte In späteren Level Vor allem Das wird nochmal Heavy Aber Jetzt schaffen wir es so Unbearable Cool dass der Nächste Dass der Eingang Zum nächsten Geheimen Level Gleich Direkt Nebenan ist Spart Zeit Auf jeden Fall Ja der riesige Bär öffnet Einen geheimen Weg Diesen geheimen Weg Sind wir schon gegangen Ich möchte woanders hin Tatsächlich Ich brauche diesen Geheimen Weg nicht Ich möchte woanders hin Das möchte ich nicht Wobei ich weiß nicht Ob das stören würde Oh fuck Da kommt der Oh Tod und Vergehaltung Oh ja Ja ich weiß nicht Ist er vielleicht gar nicht So schlecht hier zu rennen Aber Das sind ja teilweise Die Abgründe Hier Aber Das ist nur ein bisschen Aufpassen Mit dem Rennen Wegen den Abgründen Okay Erster Checkpoint Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Go away Let me Leave me alone Don't just leave me alone Oh Gott Just stop talking me around Ja ich will für deinen Weg Aber den will ich nicht Ich will was ganz anderes Aua 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 Will ich auch nicht Will ich auch alles nicht Was ganz anderes Was ganz anderes Das werde ich Wow Toll Tolle Beschleunigungsstreifen Das ist echt Zufall Wow Okay Like what the fuck Okay da will ich nicht so Dann muss ich Den hier machen Spring doch Crash Mein Gott What's wrong with you Das ist behindert Das ist behindert Okay Okay Was 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 Gosh Ja Wow Ey Das Spiel ist aber auch gerade Irgendwie ein bisschen Hart auf trollen Spreng doch Bisschen hart auf trollen aus Oder Ja Ja Unsere neuner Lebens sind Gleich tatsächlich Alle weg GG GG Ich habe Vier gedruckt Aber okay Juck Keinen Appreciated Der wäre überhaupt noch da Ja da hinten Ja komm Okay Ich habe keinen Bock Den Scheißer nochmal zu machen Deshalb Ich glaube Das ist ein Bug Dass der so langsam ist So Wenn jetzt wieder ruhig war Das hier ist alles Gar nicht mal so einfach Kommt nämlich glaube ich Gleich wieder die Dinge auf Ja Na Vor allem hier Vernünftig zu steuern Ist echt nicht einfach Da Okay Okay Ich wusste es Also beim zweiten Mal Fangen sie direkt links an Careful Links Beim zweiten Mal links Nach dem Abgrund Da hinten Oh die Pfoten gerade Wunderschön Sorry Das ist mir einfach aufgefallen Da kam wieder der Fairy durch Sorry Gut Sehr schön Sehr schön Aber tatsächlich Wollen wir Wollen wir zurück Ich glaube da kommst du ohne die Sprungfähigkeit kaum drüber Zu dem Bären Denn der ist auch ein Geheimnis Da kommen wir nämlich auch wieder in einen Geheimnabel Bärenhunger Hahaha Lustig Echt Lustige Namen für die Trophäen Haben die sich so ausgedacht Mega gut Mega gut So Wo müssen wir jetzt hin Totally fly Totally beer Ja genau Ich war gerade verrückt Weil Ich dachte Dale stand da drüben Zetzt Dem Level Aber ja Totally Renne von einem Sprung an Um weiter zu springen Ich hoffe das Level ist nicht Ja zu schön Das schaffen wir jetzt noch einigermaßen Und dass wir dann nochmal Cortex besiegen können Okay Dunkelheitslevel Bei so dunkles Gang Also ich muss jetzt wieder Uns darauf konzentrieren Alle Kisten zu sammeln Okay Da müssen wir glaube ich springen Und errennen und springen Gut Spaz Ich wusste gerade nur nicht mehr wie ich springe Kreis ne Kreis Ja Kreis Ja okay Passt Wow Okay der muss sich wohl auch kreis springen Ja hier könnten wir vielleicht sogar game over gehen Wer weiß Oh vor allem da alles zu kriegen ist halt auch AIDS Das wird AIDS Aber wir müssen das schaffen schon Daut jetzt vielleicht ein bisschen leer aber Den krieg er mal ne Mann immer der eine Gibt es hier Checkpoints Können wir mal Können wir schon mal das Level Okay dann sollen wir nochmal schnell machen Dann kommen wir nochmal weiter Ja ich meine das Level so ein bisschen Erkunden ist ja nicht schlecht Da kann es schon so ein bisschen was kommen Das ist ja Ist ja recht positiv Würde ich behaupten Wir müssen da Wir müssen da Wir müssen da Wir müssen da schon sprinten Das sah besser aus Auf jeden Fall Auch Hier Nicht Ah Da müssen wir so schnell sein Okay Böse Wale Das Gute ist Wir haben so viele Äpfel Dass wir eigentlich kaum Leben verlieren Das ist ähm Wumpas Das finde ich recht gut in diesem Level Oh das war knapp Okay hier müssen wir jetzt Oh bitte Nein ich habe irgendwie Glaubt das da hinten In den zwei Kisten da Was ihr nicht seht Ich glaube da ist ein Checkpoint Das wäre toll Ja okay Ich glaube gehen wir nicht Weil es hier genügend Wumpas gibt So Freut mich Wow Okay da springe ich dann halt auf Es ist nicht wirklich nötig Aber ja Ist besser Ja okay Dann wird die Folge halt auch nochmal Längelig schneiden Mal schauen aber jetzt Das läuft ja gerade noch Das müssen wir noch nicht schneiden Genau hier einmal Und da nicht Da nicht Okay das ist kein Aber dahinter Hinter der Das nach den zwei Kisten Das ist eine Kiste zum Springen Und nach der Kiste zum Springen Da ist die Checkpoint Kiste Yay Hi Okay hier nicht beschleunigen Ganz wichtig Nein Einen Millimeter zu weit rechts Wieso Wieso Das ist etwas überdramatisiert Ich finde das nämlich absolut nicht Checkpoint Okay Konzentration Oh mein Gosh Shook City Reloaded Okay Dann müssen wir wieder sprinten Gut okay Konnt Jetzt nicht riechen Aber als Denk ich Sie haben Dachte ich mir Oh Wir sprinten dann schon praktisch Okay Aber das ist ja Das sollten wir Ich sage jetzt mal nichts Weil ansonsten Werden wir bestimmt verkacken Das ist aber Okay Nach der Kürbe hier Gut Oh das ist gemein Okay wo kommt der nächste Checkpoint Okay direkt da Gut Gut Aber das ist fies Okay direkt nach der Kürbe Dann nach Link Hallett Claro Oh 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 Okay Ich habe keinen Bock noch GameMobil zu gehen Das wäre ganz schön kacke Okay X wollte nicht Schade Hey Kinas Kinas Kein Game Over bitte Kinas Kinas Nee Kinas Kina Kina Nee Ich Toll Es ist ein Gesprung GG Aber keine Kiste Mitgenommen Ach Crashline Okay Hey X war den Hey Jetzt bitte die Kiste Mitnehmen Alle Nicht nur eine Hey Ich bin nicht Ich habe Mogen Hey Mogen Hey Mogen Hey Mogen Hey Mogen Hey Mogen Gut Okay Denk Dann gleich Nächster Checkpoint Gut Bleiben Ich glaube die bleiben unten Die Oder gehen hoch Woll ich damit sagen Oh Gott Nein 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 Das ist sogar ein Checkpoint Aber das ist okay Aber okay Der Part Gerade eben war einfach Der war einfach Schauen wir doch nochmal Okay Da Das ist So gruselig Gut 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 Lange müsste das ja so von der Kistenzahl her nicht mehr Gehen würde ich hier Okay Das war unerwartet Oder? Ja Das ist die letzte Passage Worum bin ich eigentlich gerade gestorben? Ah ja Am Wahl Nein Nein Mann Fuck die Kisten Ah Ah Gesundheit Okay Jetzt habe ich in die Kiste verpasst Ich muss immer so ein bisschen Ähm Vielleicht sollten wir da nicht sprinten Vielleicht eine gute Idee Ich weiß nicht Machen wir auch ohne sprinten Vielleicht ist das Pizza Vielleicht Weiß es noch nicht Ich weiß es selbst Wenn ich es ausprobiere Ja geht genauso gut Dann ist es auf jeden Fall viel viel besser Nein Wehe du stirbst Letzte Kiste Sprinten Springen Okay Ist das einfach nur das Level Geschafft Uh Da unten geht es auch wohin Aber Da müssen wir nicht hin Deshalb gehen wir da auch nicht hin Gut Wundervoll Leute Wir haben alle Ehlsteine Geil 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 Hallo Hey Laser Vergeltung Wuuu Jetzt solltest ich Brio's Genausmäßig Brio's nochmal Hi Nice Ja Ja Tu das Wir können uns nochmal Codex besiegen Wo ist das Secret Ending Ah Wir können bei Warbrum 5 noch weiter hoch Okay Gut Weiß ich ab jetzt Haben wir Codex 2 besiegt Mein Gott Kann man mal machen Gut Bis bald mit Sicherheit Ending Wir sind bereit Crash Hand nehmen Ja Easy 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 Gut jetzt hatten wir halt die die Credits nicht Aber ich denke das ist jetzt nicht so schlimm Okay Das war dann an dieser Stelle Crash Bandico 2 Fast Wir gönnen uns noch eben die Trophäen Ähm Trophäen Verspende Ich bin die Codex 2 Ja Jetzt würden wir nur noch die Relikte finden Dann hätten wir alles so Schauen wir uns doch mal Was wir hier so Schönes haben Ja genau Jetzt haben wir noch Verspenden Ja okay Wir müssen Ripple Rube besiegen Als ob das Als ob das auch nicht Viele haben Als ob das ein seltene Trophäe ist Oder auch Komodo Brüder Das sind halt alles die Die Bosse Zeilen Ich meine Sehr Ich meine 10% haben dieses Spiel durchgespielt Ich meine Kommt Ey dieses Spiel Casual durchzuspielen Ist echt nicht schwer Also please Eine Fragezeichen Wie haben wir die meisten Mh Relustren Weg Ich meine Wie selten das Ich meine What the fuck Insel hüpfen Game of the Spear Down Und Dinge Ja okay gut Das musst du halt wissen Aber Bärenöpfe ist auch Sehr Sogar Ultraselten Ist auch Sehr selten 21 Erste Stände Einzusammen Ist sehr selten 42 Erste Stände Ist ultra selten Und das sind dann Die Relikte Wumpabrenner Die 27 Relikte Im Arsch Eine Eröffnete Pfote Hab kein schlechtes Gewissen Wenn du auf ihn springst Okay Hat dich Nicht Ist Immer gut Muss man auch Wissen Fliege Und stirb Anschließend Das ist mir Oft passiert Dafür Dass es selten Ist Das ist mir Echt Oft passiert Oder wer Werder Werder Als Crash Besiegt Hättest Macht die Flatter Werder Als Crash Warum ist das Selten Achso Weil es Weil Weil es In dem Level sein muss Oder wie Okay Da habe ich Gerade Leben Gefarmt Glaube ich Glaube ich Siege 5 Gegner Das haben wir Diesmal nicht Geschafft Unterneun Und sie Leben Das habe ich Gefarmt Und habe ich Auch gezeigt Wie das Geht Ja Das war es Wie gesagt Mit Crash 2 Die folge Ja Ich schneide Vermutlich Den zweiten Versuch Wo ich Kortis Gekillt Hab Raus Weil Den Braucht Man Eigentlich Nicht Ja Was Damit Crash 2 Ich habe Sie zum Erstmal Auf 100% Gespielt Relikte Werden Wir Nicht Holen Weil Ich Hatte Schon Man Spiel Relikte Gibt Dann In Crash 3 Und Ich freue Mich Dann Wenn wir Nächstes Mal Mit Crash 3 Anfangen Ich hoffe Ja Wenn Euch Diese Folge Gefallen Ist Daumen Nach Oben Kommentar Befreund Link Zu